So, ich habe hier noch einen Eel Potion, einen Bogen ohne Verzauberung. Erstmal Verzauberung draufhauen mit einem Level. Moment, Essen, Essen, Power 1. Ich nehme mir noch 5 Brote. Ich nehme mir noch ein Power 1 Buch, gell? Jaja, bitte, bitte. Geht das noch? Ich glaube das geht nicht mehr. Ne, geht nicht mehr. Ich brauche noch ein Level. Haben wir noch was im Ofen? Sackja, 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 Sackja. Weiß ich nicht. Yes, wir haben noch was im Ofen. Was brauchst du denn? Ich habe noch 6 Level. Ja, ne, ist zu spät. Verzauber, vielleicht noch ein Buch oder sowas. Wir haben jetzt nur ein Problem, ne? Ja. Wenn wir jetzt unseren normalen Weg hochgehen, kommen wir beim Spawn raus. Wir gehen den anderen Weg raus. Den von Dalukat und Rasamun. Ja, weißt du dann, wo es zu unseren Pferden geht? Nein. Von da aus? Nein. Wir finden sie schon. Ach komm, wir gehen jetzt hier bei uns raus und fertig. Aber warte mal. Ne, wir könnten eigentlich... Ich habe eine Idee. Müssen wir die nicht noch zähmen? Ne, oder? Ja, ja, klar. Aber nur mit dem Sattel, gell? Ne, du machst das zuerst mit nackter Hand. Ach so. Okay. So, ich nehme mal Stone mit. Ich grabe mich jetzt hier, wo wir sind, gerade nach oben. Haben wir alles mit, was wir brauchen? Pfeile, Wert, alles da. Ich brauche doch nur noch eine Spitzhacke. Eine Frische? Ich habe auch nur eine. Eine Frische? Aber keine Frische. Nimm die Diaspitzhacke. Ach Quatsch. Die wurde nie benutzt. Nimm die Diaspitzhacke hier. Fühlt sich so kacke. So. Dann gehe ich einmal hier hin. Und baue mich hier nach oben. Gerade nach oben, deshalb sage ich ja. Willst du nicht auch mitbuddeln? Oder warte mal, ich mache uns einfach zwei Dinger. Geht ja mit der DIA relativ schnell. Willst du was zum Hochbauen? Ja. Hacke. So. Moment. Ich muss nur kurz umändern. Oh Gott. Wenn wir gleich noch Lava über uns haben, ist das ein Highlight. Das wäre wirklich ein Highlight, ne? Das wäre dann so klasse. Wir müssen jetzt nur noch zu unseren Dingen kommen. Zu unseren Pferden. Na ich hoffe, dass wir jetzt nicht trotzdem beim Spawn rauskommen, ne? Ich denke aber eher. Dass wir da rauskommen? Da muss ich sogar unter dem Spawn bauen, genau. Solange ich noch bauen kann, sieht es gut aus. Ich kann noch bauen. Au, au, au. Ähm. Ähm. Warte mal ganz kurz. Idee. Okay. Ich schwimm hoch. Moment. Hast du ein Schild? Nein. Kannst du hochschwimmen? Ich habe noch kein Wasser platziert. Ich kann es versuchen. Ich schwimm jetzt hoch. Sag, wenn du ertrinkst. Drei Pack, du schlägst mich. Du schlägst mich. Du schlägst mich. Du schlägst mich. Okay. Was machen wir jetzt? Ähm. Kurz disconnect. Und dann? Ich baue schnell ab. Bist du oder soll ich? Ähm. Warte mal. Können wir dann nicht, äh. Geht nicht. Gar nicht? Ähm. Geht nicht. Wir hätten ein Schild gebraucht und noch vielleicht ein Block nach oben. Es geht nicht. Wir schlagen uns die ganze Zeit. Wir sind auf einer Ebene. Es geht nicht. Warte. Ich komm doch hier. Wir schlagen uns. Okay. Ähm. Zack. Moment. So. Jetzt. Siehst du. Achtung. Über dir sind wieder Blöcke. Pass auf. Ich baue sie erst mal von hier auf. Warte mal. Klapp dich erst mal hier nach oben. Ähm. Komm mal hier zu mir. Ach. Gute Idee. Moment. Gott. Das wird ja umprägend. Japp. Kommst du? Ähm. Ja. Moment. Das artet hier noch in Stress aus. Jaja. Ich hab grad ziemlich gestört. Ich wollte auch nichts richtiges zu essen. So was zu essen. Ja. Okay. Hier. Hingeschmissen. Naja. Nimm's doch mal mit. Ich hab noch genug. Was sind wir endlich oben. Ich weiß es nicht. Was sind wir endlich oben. Wir verbrauchen gerade mehr. Dann müssen wir eh noch kurz hier TS wechseln. Äh. Nimmst du im Vollbildmodus auf. Yes. Yes. Musst du mich move'n. Ja. Ich nehm auch im Vollbildmodus auf. Und ich kann keine VIPs move'n. Aber ich kann Russell schreiben. Er soll uns beide hochziehen. Okay. Ich hör Wasser. Sag mal ey. Kommen wir bei nem Berg raus oder so. Das ist ja auf Ebene 60. Wir müssten gleich rauskommen. Ich hör schon Spinnen. Ja. Wir sind gleich oben. Wieso will er sich zu uns porten. Das ist cheating. Nee. Roger ist ja draußen ne. Au. So. Wir müssen übrigens in die andere Richtung ne. Wir müssen dahinter. Da ist rot. F3H aktivieren. Nein. F3B war das. Ja. Ähm. Bleibst du stehen oder lagst du bei mir? Nee. Ich bleib gerade stehen. S-Tier. Unsichtbar. Hallo ihr beiden. Hallo. Hi. Ganz ziemlich interessant wie es sich entwickelt hat. Na wie ist es so mit Neues? Sie folgen nur unter der Erde und eine Folge oben. Wartet noch kurz. Wartet noch bitte kurz. Nur kurz. Nur kurz. Wir müssen noch kurz was holen. Achso. Ja. Was habt ihr noch versteckt? Was witziges. Sie sind schon wieder voll Dias. Das ist schon wieder voll Dias. Das war so klar, dass ihr wieder voll Dias seid. Ah. Das haben wir aber auch größtenteils Dalu zu verdanken. Ja. Wieso? Wir haben euch Dias geklaut. Die Dias die ihr mir geklaut habt, die Rüstung habe ich aus euren Dias gemacht. Aus unseren? Wir hatten keine mehr. Ja. Ja genau. Ihr hattet keine mehr, weil ich in irgendeiner Geheimkiste letzte Woche 31 Diamanten gefunden habe. Ne das waren aber nicht unsere. Das waren nicht unsere. Leute vereilt euch. Meine Festplatte läuft voll. Jawoll. Kommt sofort. 100. Ich habe noch 40 Gigabyte maximal. Und jetzt sind noch zwei Stunden Aufnahme. Ihr lauft nicht. Was habt ihr denn? 100 hat er schon weg. Er buddelt jetzt gerade ein bisschen Erde weg. Achso. Der Unsichtbare beobachtet euch. Achso. Okay. Verstehe. Hast du? Ja. Wir laufen aber genug von auf der Welt rumblazen. Irgendwo hier war noch eins. Ich habe da auch eins eingraben. Hilf mir mal bitte. Was denn? Ich finde meins nicht. Nicht? Pferd oder was? Achso ist das. Na gut. Ach. Pff. Freunde. Die Pferde nützen euch nichts. Wir schießen sie einmal den Bogen drauf und es ist ein Pferd tot. Ah, ich habe mal ein Pferd gefunden. Ich nenne das Hannes. Und Creeper. Will einer nicht, dass du ein Pferd hast? Ah. Das ist mit den 10 üben wir noch, ne? Ja. Habt ihr überhaupt einen Settel? Ja. Komm Pferdchen. Wie zählt man die Teile nochmal? Mit der leeren Hand drauf gehen. Fidels pfeilen. Das ist doch nicht so. Achso okay. In 4 von 5 Pferden funktioniert das. Die Pferde nützen euch sowieso gar nichts. Es liebt dich Blaze. Ich weiß. Ich habe es gemerkt. Jetzt hängt es da unten fest. Hier liegt was. Oh, der flog mir eine Flasche entgegen. Wie bereite ich das? Mit der bloßen Hand drauf schlagen. Ah. Ich geh weg. Moment. Mach doch einfach einen fairen Kampf jetzt und gut essen. Ja eben. Geht mal kurz zum Spornhaus. Wir kommen dann auch. Ja ich komm dann derweil schon mal. Wie hast du es geschafft es so schnell zu zähmen? Schnell? Der ist 7 mal runter gefallen oder 8 mal. Ähm Blaze? Ja? Ich bin fast gestorben. Wie du bist fast gestorben? Ähm durch Zufall. Das Pferd wollte mich töten. Ah. Yes. Oh ok. Naja. Ein bisschen zumindest. Super. Dann muss ich nochmal nachkalibrieren. Mach doch nicht unser Haus kaputt. Ach da oben seid ihr. Ah ok. Ja die haben sich ein Schloss gebaut. Ein Schloss? Das muss ich mir kurz angucken. Wir haben uns gerade versucht hinzupuddeln zu dem Schloss. Ok. Haben dann hier unten drin gefaltet. Ah ok. Ah ok. Oh. Ja das war ein Unglück. Blaze? Ja? Möchtest du mir noch was zu essen geben? Hab ich da eigentlich hingeschmissen? Mach nicht. Haben wir eigentlich euer Lager kaputt gemacht Blaze heute oder? Äh. Was heißt kaputt gemacht? Wir sind umgezogen. Ja aber wir haben ja... War ja auch nichts mehr da. Das alte Lager haben wir völlig auseinander genommen. Alle Kisten kaputt gemacht. Ne da war nichts mehr drin. Das haben wir mitgenommen. Sofort als wir gesehen haben das Darlokat da war. Alles haben wir weggenommen. Ok. Ja gut wir haben nur den Rest einfach alles verbrannt. Da ist jetzt nichts mehr. Ja. Ja. Haben alles wie sie gemacht genommen. Zef wie sieht's aus? Vielleicht brauch nur noch was zu essen von dir. Ja dann komm zu mir. Ja. Ich hab keine Ahnung wie man das hier richtig anstellt. Wo bist du? Dann lass uns doch einfach. Dann kann man theoretisch am Montag hochladen ne? Was? Theoretisch. Was? Diesen Montag? Ja. Ach Alter. Ach da ist ein Haus. Können wir uns vielleicht auch mit vereinigen. Das muss sein. Hast du die ersten Folgen noch nicht gerendert? Ja doch aber. Hey so bist du. Ja am Sporn. Bils meine Festplatte ist schon rot. Ja ja. Ihr habt noch vier Minuten dann ist schon wieder die nächste Folge angebrochen. Also sieht man zu jetzt. Da ist sie. Ich hab's gewusst gemacht. Ich wollte gerade sagen es hat sich so angehört als wenn's nicht geklappt. Jetzt fightet einfach. Was macht ihr denn? Wer den Fight gewinnt hat, hat Sieger oder was? Ja. So macht man das ja üblicherweise. Ja weil das Problem ist wir könnten jetzt leicht noch einen kompletten Freitag aufnehmen ne? Ich weiß nicht wir haben auch gerade einfach nur drauf gehauen. Okay los oder was? Sepp wie sieht's aus? Bist du ready? Ja. Solo wo bist du? Okay. Also wir sind soweit. Die Pferde werden euch nicht wissen weil die einfach von oben hin fallen auf euch schießen werden. Ich schieß zurück. In der Burg. Wo bist du? In der Burg. Wieso habt ihr euch eine Burg gebaut verdammt? Uns war langweilig wir haben niemanden gefunden und zwar folgenlang. Kann ich mir auch vorstellen. Wollte es jetzt mit dem Bogen ausrechnen das dauert ewig. Oh das Pferd ist tot. Nein. Hannes ist tot. Oh. Wo? Ich bin ins Loch gefallen. Au au au. Blaze stirbt es weil er. Da ist kein Loch. Da ist Sand gewesen. Naja. Jetzt kämpfst du richtig. Aua. Ich bin einfach gefallen. Oh mein Gott. Jetzt mit Pfeilen hast du keine Chance kriegen die. Au. Wer sagt das? Wird ein epischer Pfeil Battle. Och nö wird es nicht weil irgendwann gehen wir die Pfeile aus. Ja das wird uns wohl auch passieren. Früher oder später. Ich habe noch gegen mein Lager da liegen bestimmt noch 7 Stacks oder so. Ja du. Zombie greift es ab. Alter super. Geh weg. Auf sie auf sie. Schieß dir mal vom Baum runter. Ach komm Kinders. Nicht beide auf mich. Warum nicht? Interessant interessant. Wer wird diesen spannenden Kampf gewinnen. Spannend? Zwischen gut und böse. Ach ne es ist nur noch gut da. Böse ist schon raus. Sam du bist ganz schön durchlöchert. Was ist denn da los? Danke für die ganzen Pfeile die ich jetzt hier hinschmeiß. Geh. Ich hebe die mal ein bisschen auf. So ich bin out of ammo. Einen habe ich noch. Hebe die Pfeile doch auf die sie. Ach komm lass uns doch jetzt so fighten. Aua ich brenne. Pack die Schwerter aus. Die wollen nicht von da oben runter ne? Gibst du mir bitte noch was zu essen? Wir werden nicht eingreifen vielleicht. Gib mir noch was zu essen. Ich habe nur noch ein Brot. Hier töte Markus. Genau töte mein Pferd. Ja. Kannst du jetzt bitte runter kommen? Ich wollte die ganze Zeit so schießen. Ja. Ja wie ja. Auf ne oder Frage ist ja immer die beste Antwort. Ist ok. Weißt du was das kann ich auch. Ich geh da nicht hoch. Ich geh da nicht hoch. Ich geh da nicht hoch. Ach ja. So tschüss wieder weg. Auf. Wenn mir eben das zum Wagen weggebaut hat. Ich dachte ihr wollt jetzt noch episch mit einem Fight machen hier. Und nicht aufeinander schießen die ganze halbe Stunde. Ich habe keine Pfeile mehr. Ich schieße nicht mehr. Aber die beiden da oben noch. Jupp. Die trauen sich nicht. Ich weiß gar nicht wo die so viele Pfeile her haben. Ja. Ach. Ihr habt uns hier immer getötetet. Der erste Kämpfe gewonnen ne. Ja. Ich hatte gerade auch wieder einen Stack dabei oder so. Na? Wie sieht es aus hier da oben? Wieso habt ihr eigentlich den Spawner abgebaut und habt da eine Wasserfalle draus gemacht. Also so dass die ganzen Mobs die da spawnen runter fließen. Oder habt ihr erst den Spawner später abgebaut. Wer? Wie meinst du? Also als ich da look hatte war das eure Base? Wo ich da look hatte. Nein Quatsch das war eine Base die wir schon dreimal ausgeräumt haben. Achso. Und ich hab zu gucken was da ist. Okay. Unser Spawner waren woanders. Ich fand die zwei nebeneinander das war das Gute. Oh Gott. Na jetzt viel Spaß. Ich geh mehr was zu essen. Ich hab nichts mehr zu essen. Was war das denn? Was war was? Boah. Ja. Was? Was? Nichts. Der Baum ist gewachsen einfach so. Jetzt kämpft doch mal. Also wir verhungern jetzt dann auch gleich ne? Ja. Geht uns ähnlich. Muss ich sagen. Ihr habt kein Essen mehr oder was? Nein. Wir haben sechs deckweise Möhren. Ja. Was soll ich jetzt damit? Soll ich jetzt in die Base gehen oder wie? Ich will hier jetzt noch eine letzte Fight machen. 1, 2, 1. Wo sind sie denn? 3, 2, 1. Jetzt muss ich jetzt mal einen Jungen hier. Jetzt seh ich nicht wie ihr. Go. Ach ihr seid ja da. Ender Pearl Action oder wie? Ja klar. Ja. Den haben sie euch runtergezählt. Blaze. Boah ich muss zu meinen Jungs bald durch. Ja. Endlich wird's ein epischer Fight. Wie viel die aushalten? Ja. Fuck. Wiertens, wiertens. Okay. Das war's dann. So. Auf alle Falle GG. Aber es war uns von vorher klar, dass Team Purple gewinnen wird. Die Schwulen haben gewonnen. Die Schwulen haben gewonnen. Die Schwulen hat nichts. Ne aber hat echt wieder Spaß gemacht. Hat echt Spaß gemacht. Ja. Ja. Darf ich mir was sagen? Ich hab gegen Mädchen verloren. Du hast ja nichts gemacht. Und stolz drauf. Natürlich hab ich was gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ich muss mich zum Beispiel... Ich muss mich zum Beispiel...